Hoi Leute, willkommen zu einem neuen Video hier im windigen Lesse und es geht fort und weiter. Wir haben heute den 6.02.2024. Februar hat schon begonnen. Es ist windig, genauso wie im Januar, nur noch schlimmer und wir stehen wieder hier in Lesse im westlichsten Teil und die erste E66 wurde halb auseinander gebaut, wie man sieht. Der ganze Rotor fehlt und das nicht einfach nur so, sondern weil hier das Repowering stattfindet. Wir gehen jetzt nochmal nach vorne, denn ich muss auch noch was ganz schönes anzeigen. Und ich teile es schon fast gar nicht mit mir, es ist tot. Jetzt bin ich ein bisschen weiter nach vorne gegangen und jetzt kann man hier mal direkt unter die Anlage schauen. Und da sieht man, da liegen noch die Flügel. Die wurden nämlich schon auseinander gesägt mit dem Magger. Da werden muss man noch auseinander gesägt. Der Rotor ist nicht mehr ganz der Rotorstelle und die Flügel werden nicht mehr benutzt. Ja, so sieht es aus. Die erste Anlage wurde jetzt also schon halb abgebaut. Das lustige ist, da liegt kein Kran mehr. Also der runde Kran, der da stand, ist weg, wurde abgebaut und abgeholt, ist weg. Dafür ist jetzt der Kran von Floßdorf hier. Ja, und Floßdorf ist auch eigentlich das Kranunternehmen, was hier den Abbau machen soll und nicht die andere Kranfirma, die vorher da war. Der ganze Gimmel wurde gerade weggeweht vom Wind. Es ist gerade wirklich richtig schlimm. Ich hoffe, man versteht nicht nur, ich habe mir heute das beste Wetter ausgesucht. Und ihr seht, die Anlagen drehen sich noch. Es hat sich gerade hier und nicht hier getan. Es hat nur, dass die erste Anlage etwas auseinander gesägt wurde und mehr auch nicht. Und dass der Kran weg ist. Aber mehr hat sich nicht getan. Das nächste ist im Hauptteil. Die drei Fundamente sind fast alle fertig. Die Fundamente sind fast alle fertig und wurden, glaube ich, schon alle gegossen. Da werde ich auch nochmal gleich hinfahren und gucken und dann werde ich da nochmal ein Video drehen. Das ist dann der zweite Teil, das zweite Update. Da bin ich dann nochmal gespannt. Und hier hat man heute nochmal eine sehr schöne Sicht auf die Windräder. Wunderschön. Hier auf dem Feld zieht der Wind ganz schön. Tut mir leid. Deswegen ziehe ich das Video auch nicht so lang. Und wir gehen gleich rüber zu den Fundamenten und sehen uns dann im nächsten Video. Wie gesagt, hier hat sich nichts wie getan. Die E66 hat keine Motto mehr. Es wurde von AK Fehmarn. Grüße gehen an AK Fehmarn, der Firma. Auf Hitzer haben die mir ein paar Fragen beantwortet. Also die Anlagen werden nicht alle verschrottet. Manche werden noch als Ersatzteilspender benutzt oder ins Ausland verkauft. Also werden die nicht alle in Schrott gehauen. Das ist sehr praktisch. Sehr gut. Sehr nachhaltig. Und die hatten auch noch auf ihrem Insta-Account ein kleines Video von der E66. Das war auch nochmal ganz spannend. Und dann sehen wir uns im nächsten Video direkt da hinten. Und dann filme ich dann nochmal das Fundament und gucken, wie weit die sind. Ob das schon gegossen ist oder nicht. Und wie gesagt, sonst hat sich hier gerade nichts getan. Also sehen wir uns dann im nächsten Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und tschau.